Hallo, hier ist wieder euer René und Dominik. Heute zeigen wir euch die Übung Langhandel Rudern vorgebeugt. Vor jedem Training solltet ihr jedoch beachten, mindestens 10 Minuten aufwärmen für die Ganzkörperübung, Lockerungs- und Dehnungsübungen nicht vergessen, zuerst mit leichten Gewicht üben und kontrollierte und korrekte Übungsausführung. Die Übung Langhandel Rudern sollte für eine Gewichtszunahme mit einer Intensität von 60 bis 85% durchgeführt werden und das mit 6 bis 10 Wiederholungen zu 3 Sätzen. Die Pausenlänge dazwischen beträgt 30 bis 90 Sekunden. Die Übung sieht wie folgt aus. Wichtig ist bei der Ausführung ein besonders gerader und stabiler Rücken und dass die Übung korrekt über den Rücken und die Schultern ausgeführt werden. Viel Spaß beim Nachmachen, euer René und Dominik.